Hallo meine lieben Freunde, heute möchte ich euch über das Sterben mit einer Sterbebegleitung berichten. Doch bevor ich mit meinem Bericht beginne, möchte ich auf meine Rufnummer hinweisen. Hier, hier könnt ihr sie sehen, denn sicherlich hat der eine oder andere bestimmt Bedarf, mich zu kontaktieren. So, ich lese aus meinem schönen alten Buch vor. Also meine Lieben, das Sterben. Sterben bedeutet das Lebensende eines Menschen. Über dieses Thema wird im Alltag kaum gesprochen. Man will nichts damit zu tun haben. Man umgeht es. Man spricht nicht darüber. Doch auch das Sterben gehört zum Leben. Einfache Sterbefälle gibt es nicht. Oft ist eine Sterbebegleitung erforderlich. In vielen verschiedenen Formen. In meinem Beruf erfahre ich das immer wieder. Der Prozess Sterben ist nie einfach. Nicht für den Sterbenden und auch nicht für die Angehörigen. Egal, ob man mit hospizlichem Beistand oder zu Hause im Kreise der Familie es erlebt oder durchlebt. Heute erzähle ich eines meiner Erlebnisse, wo ich dieser Frau helfen konnte. Es handelt sich von einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern. Die beiden Älteren waren lebhaft und gesund. Das sechsjährige Nesthäkchen hatte eine schwere Nierenkrankheit. Marie, so hieß das kleine Mädchen, kam gesund zur Welt. Doch durch einen Virus wurden ihre Nieren angegriffen und so geschädigt, dass sie später zur Dialyse musste. Plötzlich änderte sich das gesamte Familienleben. Der Vater konnte nichts damit anfangen. Er konnte nicht damit leben, dass das kranke Kind im Vordergrund stand. Er verließ nach kurzer Zeit die Familie. Er zog aus. Unterstützende Hilfe von seiner Seite kam überhaupt nicht. Die alleinerziehende Mutter kam so in finanzielle Schwierigkeiten. Als wenn sie nicht schon genug Sorgen mit ihrer kranken Tochter hatte. Als Mutter musste sie nun alles alleine regeln. Arbeiten konnte sie auch nicht mehr. Denn die kleine Marie beanspruchte sie voll und ganz. Die beiden anderen Kinder rückten nach hinten. Trotzdem versuchte die Mutter auch für sie da zu sein. So gut es ging. Sie gingen noch zur Schule und brauchten ebenfalls in vielen Dingen ihre Mutter. Sie schaffte es auch, für alle irgendwie da zu sein. Eines Tages bekam Marie eine neue Niere. Und zwischenzeitlich ging es Marie auch besser. Und die kleine Familie konnte aufatmen. Das Sozialamt kürzte die Unterstützung. Sie waren der Meinung, die Mutter konnte nun arbeiten gehen. Nachbarn wunderten sich, wo diese Frau all ihre Kraft hernahm. Und sie sammelten Geld, sodass sich die Familie auch mal etwas gönnen konnte. Doch plötzlich ging es Marie wieder schlechter. Sie benötigte neue Therapien. Und die Mutter hatte den Kampf mit der Krankenkasse. Die Isolation der Familie nach außen wurde immer größer. Die Familie lebte in Leid, Kummer und Sorge. Schließlich kam Hilfe von einem Hospizdienst. Und endlich einmal Unterstützung. Sie begleiteten mit der Familie zusammen den schweren Kampf von Marie. Und so konnte sie behütet und in Liebe einschlafen. Dieses Erlebnis prägte die Familie für ihr ganzes Leben. Und sie sagten, Marie ist immer unter uns. Sie hinterlässt zwar eine Lücke. Aber wir wissen, dass es ihr jetzt gut geht. Denn sie ist bei den Engeln. Manchmal vermissen sie Marie sehr stark. Doch sie freuen sich, dass Marie jetzt bei den Engeln ist. Nun leben sie in einem wunderbaren Miteinander. Und die Mutter sagt, ohne die Unterstützung von oben, dem Hospiz und auch den guten, lieben Menschen und Nachbarn, hätten wir es nie geschafft. Wir danken allen dafür. Und ich, ich danke euch fürs Zuhören. Eure DERIA DERIA DERIA